Moin Moin! Was hast du denn noch mitgebracht? Ich hab so zwei Geschenke gekriegt. Oh, für die Landkarte wieder? Für die Landkarte. Oh, die müssen wir auch mal wieder verfolgt finden. Gold Ochsen Original. Leider müssen wir uns die wohl teilen, Jörg. Und leider ist es auch noch zu früh. Was heißt das, jetzt schon wieder zu spät? Nein, nicht wegen dem Bier zu trinken, meine ich. Ach so, ja, das stimmt. Noch ist Kaffeezeit. Wollen wir mal loslegen? Wollen wir mal loslegen? Wir wollen an diesem Tisch löten, ob das auch geht. Ja, klar. Aber das ist doch ein Schweißtisch. Das ist ein Lötschweißtisch. Da haben wir es wieder. Wir wollen nämlich gleich mal hier löten. Ja, mach doch. Ja. Ja, was soll denn passieren, mein Gott? Nee, da kann doch nichts passieren, ne? Nein. Nee.